In der neuen Woche erreicht uns noch einmal über 35 Grad heiße Luft, doch schon am Ende kommt von Nordwesten her deutlich kühlere Luft bei uns an. Ein solch markanter Wetterwechsel erfolgt fast immer mit Gewittern und so ist es auch diese Woche. Starten wir aber zunächst einmal mit dem noch etwas ruhigeren Montag. Da zeigt das Temperaturradar mit 20 Grad an den Küsten und 25 bis 30 Grad weiter südlich noch erträgliche Werte. Im Wetterradar sind ab dem Nachmittag vom Mittelgebirgsraum weiter südlich einige Schau oder einzelne Gewitter zu sehen, deren Schwerpunkt sich am Abend in den Süden verlagert. Vor allem dort sind auch ein paar kräftige Gewitter mit Starkregen dabei. Der Dienstag gestaltet sich dann ruhiger und fast überall bleibt es trocken. Ausnahme ist der Nordwesten, wo ab dem Mittag etwas dichtere Wolken aufziehen, die nachmittags Richtung Nordsee und abends auch an der Ostsee ein paar Tropfen Regen bringen. Ansonsten heizt die Sonne schon auf bis zu 30 Grad ein. Die beiden heißesten Tage stehen aber noch bevor. Denn auf der Vorderseite von diesem Tief gelangt ab Mittwoch ein Schwall sehr heißer Luft zu uns. Am Mittwoch erwartet uns somit ein sonnig-heißer Tag mit 30 Grad und mehr mit den angenehmsten Werten an der Nordsee. Auch der Donnerstag wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch einmal sehr heiß, beziehungsweise bei den meisten sogar noch heißer und auch schwüler als der Mittwoch. Hier gibt es allerdings noch ein paar Fragezeichen zum einen, was die genauen Temperaturen angeht. So sieht das europäische Wettermodell am Donnerstag Höchstwerte um 35 Grad, während das amerikanische Wettermodell sogar einen Hitzepiek mit Werten bis knapp 40 Grad vorhersagt. Alles hängt von der Lage dieser Kaltfront ab, die mit kräftigen Gewittern nach einer Variante den Nordwesten schon am Donnerstag und nach einer anderen erst am Freitag erreicht. So oder so drohen Ende der Woche kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Nur der zeitliche Ablauf, der ist noch unsicher. Gibt es zum Beispiel schon am Donnerstag Nachmittag Gewitter, erst in der Nacht zu Freitag oder erst am Freitag tagsüber. Klarer ist, dass es nach den Gewittern am kommenden Wochenende ruhiger und mit Werten zwischen 20 und 25 Grad auch deutlich kühler wird. Allerdings geht der Temperaturtrend dann wieder langsam nach oben. Bis dahin kommt gut durch die Hitze. Ich bin Verena Leindecker von Wetter Online. Wie das Wetter wünscht mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraussagen. Jetzt installieren wir. Wetter im Hintergrund Wetter im Hintergrund